schade konnte man nicht sehen was das war aber ich glaube es ist ein mantarochen äußerst friedlich die diese tiere die fressen glaube ich nur krill also kleine krebschen im wasser und das sieht so obercool aus wenn ihr da durch die gegend fliegen fast ich glaube ich muss weiter dahin wenn ich mich nicht täusche es sei denn ich mache ihm kurz eine kleine aufnahme pause was zum teufel ist das was ein remix komme ich da wohl hoch ja ja servus gut dann gehe ich hier noch mal eine wasserfahrstuhl rein wenn da jetzt gleich nichts ist liebe freunde dann würde ich sagen mache ich hier erstmal eine kleine pause ich bin so weit hoch gekommen ich werde es nicht plumpsen ich bin der rege der welt auf minecraft ne ich glaube ich muss weiter dahin was ist denn das eigentlich blau schiefer ach ich bin voll oder was chili chili pfeffer geil bären habe ich auch awesome finde ich cool ok was ist das denn für ein abgedrehtes lied ey ich stöße mich wieder in die fluten ich dachte schon das war schokoladen knapp so hätte ich vielleicht auch noch runter gekonnt aber egal irgendwo muss dieses dorf doch sein weizengras okay kommt da vielleicht irgendwas raus schade eigentlich äh was ist das akazienholz gut habe ich genug seidenpflanze roter sand hm cool ich mache mal eins weiter bei der musik da kann sie ja nicht normal bleiben also ich gucke jetzt noch mal hinter diesem berg hier also hinter dem da ich war mir eigentlich sicher dass das hier in der nähe war ach schade das sah gerade cool aus wie so eine grille im baum hing oder saß ok hier haben wir kaktien was ist das denn kleiner kaktus nein äh schade und ich bin ja zu voll den löwen zahnen die schmeiße ich mal raus ach die tun auch noch weh was ist das getrocknete erde ach du liebes bisschen wow okay das ist ein bisschen gruselig dezent ah das wasser sieht auch so ein bisschen grünlich aus getrocknete erde okay passiert das wenn du erde in feuer äh in ja in ofen rein haust kriegst du da auch getrocknete erde oder was äh in is normale erde okay da haben wir rohrzucker oh geil rohrzucker äh zuckerrohr das kleine bärchen das futter ich mal auf ich bin ja auch so blöd ey warum hab ich das jetzt grad weggehauen oh scheiße so das kann raus erst mal vor lauter frust die pilze wegfressen die brennende liebe die kann raus die brennende liebe hat mir nichts als ärger gemacht was ist das denn achso nur ein höhleneingang oder was ok oh nein ich verrecke ich verrecke ich verrecke aua aua hallo nemo kürbisse oh cool kürbisse die sind ja auch noch ziemlich selten sollen die sein laut aussage eines bekannten Herren kegelkaktus ok ach ist aber mal interessant hier mal was anderes korallenhülse ach du liebe scheiße mal was anderes zu sehen aber ich würde jetzt gerne mal ein Dörfchen sehen nein äh add marker follow player gut ja schön au ha ach was sandstein mit gekritzel close zone hi close zone ha und da klippt natürlich wieder die Map durch finde ich toll dann futter ich mal die Zucchini aus äh auf plopp sandstein ich lass den mal hier stehen gibt's hier irgendwas interessantes haufen röolit nö schade gut dass es hier keinen treibsand gibt bin ich ehrlich froh drüber aber hey ich hab glaubst du kloster und staub kann es doch nicht sein wussten hier wird scheißdorf junge jung wo ist nicht doof jetzt abgeblieben ich bin doch nicht dumm oder doch wo bin ich okay freundlich glaubt den atlas den lasse hier den legen und mache erstmal eine kleine aufnahme ist das denn wüstengarten ach cool was bitte ist das denn kaktus frucht okay liebe freunde ich mache hier erstmal eine kleine aufnahmepause oder dahinten ist licht mir scheißegal da hinten ist licht ich könnte jetzt glaube ich hier auf tag stellen aber dann ist licht wenn es das licht ist was ich glaube dass es ist dass es das ist dann ach nee das ist glaube ich nur lava ne es ist lava na gut flop nehme ich mir was im eimer mit liebe freunde ich mache eine kleine aufnahmepause vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat daumen rauf wenn ihr bock habt ansonsten eben halt nicht ist ja wie immer euch überlassen und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal was ist denn das da hinten was ist das da hinten bitte moment ich wollte gerade abmoderieren scheißegal das kann es doch nicht sinn doch wenn ich auf l schalte ah ok ach da ist sogar die lava abgestellt cool finde ich super wüssten tinten ach du scheiße was bitte ist das hier und die alten griechen das da gelassen oder was das könnte griechen sein war okay habe ich noch eine schaufel mit ja ich setze mal eine fackel hin und fange an zu graben ist hier irgendwas zu unter immer so ganz zufällig ach manno marmor fantasievolle marmorfliesen griechisch marmorsäule einfache marmorsäule da ist wieder griechisch schüssel 2 och menno ich dachte wir hätten das dorf gefunden was sagt der atlas nischt ich glaube der ist hier irgendwo ich glaube ich bin schon fast ein bisschen zu weit gut liebe leute vielen Dank fürs zuschauen daumen rauf falls ihr bock drauf habt ansonsten eben halt nicht ist ja wie immer über euch überlassen und wir sehen uns in der nächsten in einer nächsten aufnahme wieder von minecraft hoffentlich dann mit kandeli kandelila 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 hier was muss ich rausschmeißen salzmiere achso da gibt es nur farbstoff ok ich gehe hier zu diesen griechischen dingern hin die ich untergraben habe setze mich hier in der Ecke warme Platte schön und sage bis zum nächsten Mal ciao ciao euer Gary tschüss